Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, zwölf Tage ist es her, da gab es die letzten Videos, zwölf, 13 Tage, viel passiert in dieser Woche. Und ja, ich denke, ich melde mich doch mal zwischendurch, wie es mit dem Kanal, ob überhaupt weitergeht und da reden wir drüber. Also, dranbleiben, hoffentlich spannend. Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, eine der aufregendsten und bemerkendsten Wochen oder Woche, zwölf Tage liegen hinter mir. Mit vielen Veränderungen, vieles passiert. Und ich weiß, du hast das verfolgt. Und das ist auch der Grund, warum ich mich melde. Weil zuallererst mal tausend Dank für unfassbar viele Nachrichten, Anrufe, E-Mails von Leuten, die ich nicht kenne, von Leuten, die ich kenne, von überraschenden Leuten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich heute halt melde. Weil es mir einfach unmöglich war, darauf zu antworten. Ich weiß, auf die Thematik, auf die ihr jetzt alle wartet, werde ich nicht näher eingehen. Aber natürlich ist viel passiert. Passiert vielleicht auch noch. Und ich habe da für mich ja eine Entscheidung getroffen. Und du hast es gemerkt. Ich habe also die letzte Woche daraufhin verwendet, aufzuräumen. Also wirklich aufzuräumen, nämlich hier. 85 Videos circa sind weg. 40 Podcast-Folgen sind weg. Über 270 Posts bei Instagram sind weg. Und meine Homepage ist auch komplett bearbeitet, überarbeitet. Eigentlich wollte ich die ganze Thematik lassen. Und war wirklich eigentlich kurz davor, zu sagen, ich ziehe mich da mal komplett zurück. Aber letztendlich seid ihr, bist du draußen der Grund, der mich halt dann doch motiviert hat, gerade nach der letzten Woche, das Thema weiterzumachen. Und auch warum ich das alles gelöscht habe, privat gestellt habe, bespart euch die Nachfragen. Das ist meine Entscheidung. Und ich fühle mich gut damit. So habe ich dann also hier jetzt viel Zeit, und das ist natürlich schon so, weil ich natürlich auch zu Hause sitze und die Zeit habe, verbracht und drüber nachgedacht und habe gesagt, okay, wie konnte das alles so weit kommen? Und wenn es weitergeht, wenn ich auch weitermachen möchte, möchte ich das nicht mehr wie bisher. Also muss es an mir, bei mir, mit mir eine Änderung geben. Und die ist jetzt auch beschlossen. Das fing mit dem Aufräumen an. Und ich habe mich dann mal so zurückgeinnert, wie hat das denn hier vor allen Dingen alles mal angefangen? Da gab es auch viele Nachrichten. Wie ist das denn? Wie hat sich das denn alles so toll entwickelt? Und wodurch sind denn auch so Kontakte und Freundschaften zusammengekommen? Und ich habe mir dann bewusst mal alte Videos angeguckt, die es ja noch gibt. Was hat das ganze Thema ausgemacht? Sicherlich eine gewisse Naivität. Fotowalks sehr viel. Wir waren unterwegs. Ich habe euch mitgenommen. Ich habe dann die Ergebnisse gezeigt. Wir haben dann über Kreativität, Motivation, Inspiration, Herangehensweisen gesprochen, tolle Diskussionen unter diesen Videos. Ich hatte ja Zeit. Habe ich mir alles angesehen? Und dann driftete irgendwann diese Geschichte ganz schön ab, Richtung Reviews, 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 Reviews. Und das möchte ich halt nicht mehr. Sondern ich will mich mehr auf die Ursprünge zurückbesinnen und ich werde jetzt auch hier heute einmalig noch was zum Thema Equipment sagen. Alles, was ich hatte, spar dir die Nachfragen, ist weg, ist in gute Hände gekommen, was mich sehr freut. Und ich wünsche auch allen, die damit zukünftig arbeiten, viel, viel Freude. Und ich hatte es ja angedeutet, ich habe auch da mich zurückbesinnt an Erfahrungen, meine persönlichen Erfahrungen und Entscheidungen. Und es ist somit jetzt ausschließlich Fujifilm hier. Und auch da, nein, ich bin kein Ambassador, ich wurde jetzt nicht gesponsert oder Sonstiges. Wie immer und auch schon in der Vergangenheit habe ich das alles selber gekauft, beziehungsweise durch das Abgeben der anderen Dinge natürlich die Möglichkeiten jetzt gehabt. Das heißt, die XT5 und das 23-1-4 waren ja hier in Häkchen London Video. Die Videos gibt es natürlich auch weiterhin, wenn du da nochmal drauf schauen möchtest. Die haben mich begeistert, die Ergebnisse haben mich begeistert. Und du siehst jetzt auch schon hier einen etwas anderen Ausschnitt, das ist dazugekommen, das 18mm 1,4 LMWR. Es ist dazugekommen, das 33mm 1,4 LMWR. Es ist dazugekommen, das 56mm 1,2 Typ 2 WR und eine Fuji X106. Zwei Kameras, vier Objektive in einem Brennweitenbereich von 28 bis 85 umgerechnet. Ende. Es wird darüber jetzt auch keine Reviews geben. Warum? Ist ja nichts Neues. Also die Objektive gibt es schon eine ganze Zeit. Die Kameras sind, die X106 habe ich vorgestellt, die Videos findest du. Die XT5 ist wohl bekannt, die Objektive sind auch bekannt. Und das überlasse ich auch zukünftig in aller Detailtreue mehr meinen lieben Kollegen. Zum Beispiel, wir haben auch gleich Kontakt gehabt, super Thomas B. Jones, Jay Shooter und auch Udo Wirt, möchte ich hier nennen, die drei, die machen das ja hervorragend. Wer da also zukünftig Details haben will, das wird man dort finden. Das heißt, wenn ich zukünftig Fotowalks mache und das wird der Plan sein, wir gehen los und fotografieren, ich nehme euch mit, werde ich wahrscheinlich dann am Anfang sagen, ich bin heute unterwegs mit der XT5, mit dem 3314 oder ich habe heute in der Nachtfotografie das 5612 mit. und ganz ganz viel wird einfach auch mit der X106 laufen. Und dann kriegst du halt bewegte Bilder, wo sind wir, was mache ich, warum fotografiere ich da gerade, was für ein Motiv sehe ich, wie sieht das Endergebnis aus und nur mal so, das Ganze natürlich auch in Farbe, auch in Schwarz-Weiß. Weil auch die Thematik, ja, du hast dir einen Namen gemacht, du hast dir da was aufgebaut, du bist da, du musst das jetzt auf Biegen und Brechen weiterführen, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht mehr. Also, das ist mir egal und ich habe es im Podcast gestern gesagt, wenn ich die nächsten drei Wochen Blumentöpfe fotografieren möchte, nichts gegen Blumentöpfe, dann mache ich das. Mir ist es momentan und die Entscheidung stand jetzt auf der Kippe, auch völlig egal. Ich habe jetzt keine Ambitionen, wo es hingeht, was ich erreichen will, wem ich was beweisen muss, will und so weiter. Das habe ich alles zwei Jahre jetzt gemacht. Damit habe ich jetzt abgeschlossen. Ich möchte jetzt fotografieren, Punkt. Und ich nehme euch wie früher mit, mit allen guten Dingen, mit allen Fehlern und wie bearbeite ich meine Bilder, warum fotografiere ich jetzt hier und da. Ich habe da auch nochmal aufgerüstet, ich habe mit Franks Vlogs gesprochen, sehr viel in der letzten Woche. Ich erwarte morgen den Osmo Pocket 3, um videomäßig aufzurüsten. Also dann haben wir die Osmo Action 4 für schlechteres Wetter, den Osmo Pocket 3. Das werde ich jetzt immer mitnehmen und dann geht's los. Raus, fotografieren. Und dann ist das die Zukunft. das heißt, das ändert sich jetzt halt alles und damit fühle ich mich aber sehr, sehr wohl, weil dadurch ist der Kopf jetzt auch frei geworden, auch nach vielen Gesprächen. Und ich habe die dollsten Sachen auch, was ich alles machen durfte und wo ich überall war und hin und her, das habe ich alles jetzt, das gibt's nicht mehr, ist nicht mehr zu sehen, weil es jetzt im Nachgang, das habe ich gemerkt, auch nicht wichtig war. Wichtig war wirklich der enorme Zuspruch in der letzten Woche und das ist eigentlich der größte Lohn gewesen und deswegen die Entscheidung, es völlig anders zu machen. Jetzt nochmal zum Thema Social Media, weil es gab ja die zu 94% absolut positiven Rückmeldungen, Schreiben, Anrufe, unfassbar. Es gab auch sehr gute konstruktive Kritik und es gab natürlich auch genau das Gegenteil. Und das ist mir wichtig, das sage ich in diesem Video jetzt auch noch einmalig. Sobald es in den persönlichen Bereich geht, nehme ich mir raus, Kommentare, Rechtsklick, Nutzer auf Kanal ausblenden, vom Kanal entfernen, blockieren. Und wenn du den Weg zukünftig auch nicht mitgehen möchtest, musst du jetzt auch nicht drunter schreiben, nichts für mich, ich gehe, alles Gute, so ein Quatsch, auch das werde ich löschen. Dann geh einfach. Wie sagt man immer so schön umgangssprachlich? Bitte gehen Sie weiter. Das ist doch das Schöne hier, man hat ja die Wahl, was gucke ich mir an, was inspiriert mich, was motiviert mich, was macht mir Spaß, aber ich brauche und werde in Zukunft auch solche Kommentare brauche ich nicht. also dann, mir ist es auch lieber jetzt die Entscheidung zu treffen, wer sagt, okay, das kann ich alles nicht nachvollziehen, das ist alles Quatsch, dann gehe ich, dann ist es mir lieber jetzt, als wenn zukünftig bei dem Neustart, bei den neuen Videos, ich mich dann da durcharbeiten muss. Also, ich würde mich freuen, wer es noch aus alten Tagen kennt, wer bleibt, wer Lust hat, da mitzugehen, wen es interessiert. und natürlich, das ist auch der Grund, warum es überhaupt weitergeht und wer nicht, dann danke für die gute Zeit, alles Gute und wie gesagt, jegliche Nachfragen sind da sowieso momentan sinnlos. Die Priorität liegt jetzt auch, es kann auch sein, ich werde den Podcast auch nicht mehr durchnummerieren, weil ich noch nicht sagen kann, ob wöchentlich was kommt. Auch Quatsch. Es kann sein, dass ich noch mal drei Wochen warten muss zukünftig, weil es kann aber auch sein, dass ich dreimal die Woche was mache, dann habe ich aber auch was zu sagen. Genauso wird es mit Videos sein. Es muss nicht mehr einmal die Woche eins kommen oder zweimal, vielleicht kommt eins im Monat, vielleicht kommt mal drei Monate nichts. Dann ist das halt so. Ich will diesen ganzen Druck einfach jetzt hinter mir lassen, aber ich bin halt auch total motiviert und freue mich drauf gerade. Also, ich habe wirklich Lust mit den Kameras, mit den Objektiven zu experimentieren, mit Video zu experimentieren. Das heißt, das wird anders. Selbstverständlich. Darüber hinaus hatten wir ja gestern einen schönen Termin. Habt ihr ja vielleicht gesehen, wir sind halt auch ab Dezember zu dritt. auch das wird Zeit in Anspruch nehmen und seht ihr hier, die kleine, das kleine Retriever-Mädchen Elsa wird zu uns kommen. Drei Wochen war sie gestern und im Dezember kommt sie dann zu uns und darüber hinaus in zwei Wochen fängt mein neuer Job an und da liegt eigentlich meine Hauptpriorität verständlicherweise auf den neuen Job und da freue ich mich tierisch, dass es jetzt auch losgeht und alles andere gucken wir mal, wo es hingeht. Aber es waren sehr lehrreiche zwölf, dreizehn Tage und alles, was ich gemacht habe und gewechselt habe, war meine persönliche Entscheidung und ich fühle mich dadurch derzeit besser. So ist es halt. Deswegen das als Feedback und ja, wann das Video-mäßig losgeht, weiß ich nicht. Jetzt kommt der Osmo Pocket morgen, muss ich mich mit beschäftigen. Den Monatsrückblick wird es natürlich kontinuierlich weiter geben, weil ich natürlich gerade auch viel fotografiere, logisch. Aber auch die Fotografie wird anders werden. Ja, also mir war wichtig, das nochmal zu sagen. Es geht dann jetzt jetzt auch nochmal, das wisst ihr wahrscheinlich vom am 2.11. an dem Samstag nach Burg Steinfurt zu Michael Ziegern und zwar Fotofriends Event und da schließt sich auch der Kreis. Bei dem ersten Fotofriends Event saß ich mit einer X100F, glaube ich. Und jetzt komme ich nach den Jahren wieder zurück zu seiner Veranstaltung und werde da eine X106 in der Hand haben. Verrückt. Aber schön ist halt mit dabei ist Padawan, der Stefan, Jannis Dürksen, freue ich mich sehr ihn wieder zu treffen, Frank Koch, Franks Blocks mit seiner Frau N, mit der irischen Lady, Matthias Proske, ValueTech TV, wer kennt ihn nicht, Klaus Helmich, Lichtbild Idealisten. Ist eine schöne Veranstaltung am Samstag, am Freitag wird es Fotobox mit uns allen geben und da freue ich mich auch einfach alle wieder zu sehen, über Fotografie zu quatschen, kannst du mal drunter schreiben, wenn du da auch bist. Ich glaube es gibt noch ein paar Karten, wie gesagt, das Ganze im Grunde Samstag, 2.11. Und finden tust du das unter Fotoschule Nord oder über Michael Ziegern, guck einfach mal auf die Seite. Also tolles Event, wir hatten da immer sehr viel Spaß und werden halt auch, Anke kommt auch mit und dann werden wir da fotografieren. Okay, so viel dazu. Also du bist jetzt im Thema und nochmal viel, vielen Dank, wirklich. Also es war eigentlich, als ich so am Löschen war, war die Seite auch schon auf mit Kanal Löschen, muss ich echt sagen. hatte ich auch keine Lust mehr. Und der Grund warum war wirklich dieser immense Zuspruch. Und ich möchte euch auch nochmal bitten, wie gesagt, jeglichen, jegliche böse Kommentare jetzt gegen XXXX lasst es. Das war alles meine persönliche Entscheidung, meine eigene Entscheidung. Und ich freue mich auf das, was kommt und ich hoffe, du auch. Kannst mir gerne mal ein Feedback geben und wie gesagt, nochmal danke und ja, sei gespannt, was kommt. Also, ich wünsche dir was Schönes wert und bleib gesund und wir sehen uns dann irgendwie irgendwann wieder. Und tschüss. Und tschüss.